Jetzt ziehen wir weiter. Warte mal, ich habe doch irgendwo so Tanks gesehen. Egal, ich nehme ihn mal noch mit. Ich habe 85% Essen. Bald bist du tot, bald bist du tot. Wie viel hast du? 56. No. Können wir vielleicht Zombies essen? Warte mal, bleibt mal stehen irgendwie. Ich möchte mal so einen Screenshot machen. Ähm. 4 leer. Und zack. Und zack. Okay. Wuh. Alter, das sieht aus wie so ein gelbes Alice Pack, was du da hast. Links oder geradeaus? Hm, links, rechts. Geradeaus kommt entweder ein Zombie oder ein Viech. Gehen wir mal weiter, vielleicht können wir das in den Garten. Du hast dein Messer, nice. Ne, habe ich weggeschmissen für einen Golfschläger. Hast du ein Tausch mit? Mach jetzt mal mein Nightwishen schon mal. Ne, noch nicht. Noch nicht. Bitte nicht. Ich glaube, wenn wir... Ah, da rechts kommt was, oder? Wenn wir rennen, verbrauchen wir viel mehr Fressen. Lauf nochmal. Kommt ein Zombie. Aber rechts das Weiße ist kein Zombie. Glaube ich. Hoffe ich. Gehle mal. Das ist irgendein Tier. Bäm. Das ist Tierverjagt. Angriff. Gut, die Bäume. Die Bäume schauen ein bisschen dämlich aus, manche. Aber zum Großen und Ganzen bin ich bis jetzt noch echt fasziniert. Bleib stehen Mistviech. Jawoll. Habs. Alter. Wie das auch blitzt, wenn du schießt. Nice. Richtiges Müllungsfeuer. Was ist das? Raw Bacon. Animal Pelz. Wir müssen nach runter. Da unten sind Häuser. Ich brauche mit dem Pelz. 90%. Was für Pelz? Soll ich mal Raw Bacon essen? Ich mach mal. Cool, das bringt sogar ein bisschen. Alter, ich will auch. War leider nur eins. Häuser. Häuser. Essen. Schneller. Wo sind die Häuser? Warte ich nur mal die Taschenlampe. Warte ich nur mal die Taschenlampe. Ich warte mal mit der Taschenlampe. Alter, wie nice. Irgendwie ist die Scheiße cool hier. Ja, ist echt funny. Aber ich glaube ich habe den Schwierigkeitsgrad zu hoch eingestellt, weil wir so schnell hier Hunger und Tricksprobleme kriegen. Achso, okay, nice. Oh oh. Oh oh, von oben. Gehts? Okay. Puh. Sie alle wegbeht. Alter Alter. Einen Schiss noch. Oh mein Gott. Der lebt. Ich habe keinen Schuss mehr. Ich auch nicht. Damit hatte ich noch einen. Und da ist noch einer. Fuck. Bam. Bam. Okay, ich habe nur noch einen Golfschläger. Ich glaube jetzt haben wir da ein Problemchen Kevin. Oh oh. Ich habe hier Box of Shells. Ja, vielleicht passen die nicht für deine Waffe. Oder das ist eine leere Box. Aber das sind welche drin. Einmal. Dann passen die vielleicht nicht für deine Waffe. So und ich muss jetzt mit dem Golfschläger mich zur Wehr setzen. Hier liegt noch ein Messer. Kevin die Axt. Kevin Essen. 96. Hier drin. Im Kühlschrank. Ah. Ich habe auch Chips gefunden. Nice. Wollen wir auch einen rein. Was habe ich gefunden? Wie weit bist du? Also mit deinem Essen. Oha. Jetzt geht es runter. Auf. 80. 81. Ja warte hier. Dann nimm die Chips auch noch. Hier. Danke. Das sind 1000 Dollar in der Kasse. Ich will sie haben. Oh geil. Alter das ist ein. Hier gibt es zu viel zu essen. Hier. Zombie. Da kommt er rein gekriegt. Oh no 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 no. Ich habe keine Waffe in der Hand. Ich bin down. No. Er hat mich gefressen. Da liegt ein Loot rum. Nimm alles auf. Nimm den Rucksack auf jeden Fall. Das ist nice. Alter wie das Blut hier in dem Raum rum gespritzt ist. Ich glaube ich werde das auch nicht überleben. Oder doch? Alter Kevin hier ist so viel Essen und Trinken man. Hörst du mich? Mhm. Ich höre dich. Wow. Ich habe hier mega Zombie Train. Mann. Hier hätten wir abgerockt man. Hier gibt es alles. Kommt wieder ein Zombie. Bäm. Bäm. Ey der Golfschläger ist echt cool man. Nice. Ich bin ja auf so einer verlassenen Brücke. Ja. Aber dann versuchen wir ein bisschen durchzukämpfen. Alter der riesen Rucksack. Jetzt kann ich ihn ja noch mitnehmen. Du hattest ja sonst nur Schrott dabei irgendwie ne? Mhm. Da trägt er ein Bonjour Clip mit sich rum. Aber wieso kann ich den jetzt nicht nachladen? Ach der ist leer. No way. Okay. Schimmeltomate. Ich esse dich. Gibt es hier sonst noch was was der Kevin gebrauchen könnte? Falls ich ihn wieder finde. Ich nehme mal deinen Night Vision mit. Okay. Alter in den Fahrzeugen droppt auch Loot. Das ist natürlich nice. Okay. Diner. Wir waren in einem Diner. Was denn? Hier liegt ein Bogen rum. Ich habe irgendwo mal Arrows gefunden. Aber ich weiß nicht mehr wo. Oben im Tower vom Airfield. Okay. Man kann sogar schwimmen man. Noch ne Taschenlampe? Die schmeißen wir jetzt im Moment mal weg. Ich glaube nicht dass der Kevin mich so schnell wieder finden wird. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt sterbe ich. Vier Zombies kommen in mein Haus. 30 HP. Raus, raus, raus. Du kannst die durchlaufen. Die blocken dich nicht. Die laufen wie in einer Polonaise ey. Übel wie viele auch immer finde ich. Aber ne tödliche Polonaise. Ich habe sie alle umgehauen. Aber ich habe nur noch 30 Leben. Was hast du dir umgehauen? Mit meinem Golfschläger. Alter nice. Aber sollte ich jetzt nicht bald was gesundheitstechnisches finden, habe ich glaube ich ein Problem. Hier sind Schachfiguren. Schimmel, Wasser und Schimmel. Oh Saft. Egal. Her damit. Da liegen mir da so ein paar Thronen für irgendwas. Kann ich die nachladen vielleicht? Wo war das? Welche Taste hast du gedrückt um dieses? E. Was? T. Ah genau. Ich glaube oben rechts steht es sonst über. Ne, ich kann hier nichts anderes reinhauen. Tun wir mal das Tierfell wieder weg. Und das Drop. Die kann ich auch mal weg. Ich bin in der Militärbase man. Was ist denn? Ah das ist nochmal meine Waffe. Oh ohne Muni. Drop. Post. Hier ist eine Poststation. Oh oh. Die. Die. 41 Experience. Nice. Mining. Nein, nein, nein. Was nehme ich denn da? Survival. Ähm. Slower. Also langsamer verhungern und. Ähm. Verdursten. Das klingt doch ganz gut. Und. Tue ich hier mal ein Punktchen ausgeben. Und. Mehr Gesundheit. Okay. Mindestens 20 Zombies hinter mir. Dann glaube ich mein lieber Freund hast du ein ernsthaftes Problem. Nägel. Pakete. Ein Schlafsack. Scrap Metal. Kevin. Was ist das für ein Spiel ey. Holy Shit. Hammer. Das ist übel. Ich kann den Schlafsack platzieren. Wenn ich mir ein Respawn platzen oder so. Kannst du irgendwie ein Camp bauen oder so. Hehehe. Also jetzt habe ich ihn geclaimt. Vielleicht kann ich da ernsthaft respawnen. Äh. Was sagt die Helligkeit? Stock finster oder? Mhm. Darf man diese Richtung. Durch die Wildnis. Ich weiß auch nicht wie groß die Map ist. Also wir testen hier. Voll. Oh mein Gott. 20 HP. Wir testen hier vollkommen blind die Scheiße. Oh oh. Und. Und tot. No way. Und ich bin beim Schlafsack gespawnt. Ey. Ist er immer noch da dann oder? Ja. Liegt immer noch da. Nicht nice zu wissen. Alter wie mega groß ist denn das? Das sind mehrere Inseln. Holy Shit. Cool. Das ist ein Feuerwehrmann-Zombie. Ich lasse mich jetzt nochmal umhauen. Und dann habe ich wieder volle Leben. Und jetzt versuche ich den umzuhauen. Ohne mich hauen zu lassen. Und dann kann ich meinen Loot wieder sammeln. Und dann habe ich wieder volle Leben. Und jetzt stehen da schon zwei Zombies. Super. Achso. Du hast deinen Schlafsack direkt. Okay. Nice. An einer Stadt ist mein Schlafsack. Oder in der Stadt. In einem Haus. Und hier gibt es Rehe. Die laufen weg. Holy Shit. So. Ausrüsten. Die laufen weg. Alles liegt hier rum. Da geht nichts verloren. Mein schwules Hemd. Meine Hose. Meine Khaki-Pens. Mein cooler Umhang. also wenn du deine leiche findest ist dein ganzes gier wieder da okay ich finde nicht mal irgendwie nur so das sind mehrere inseln das ist ja mega inseln jetzt mal rüber auf die andere insel halt da bis ich wieder finde was war das ein glück man orange hoodie sie mal den an ich habe gesagt er ist am airfield und ich habe dann so lange respawn bis ich auch an dem airfield war und bei ihm haben wir uns gefunden kann jetzt natürlich sein dass wir uns die nächsten fünf stunden nicht mehr finden werden weil die im app so riesig ist es kann aber auch sein dass wir bäm nebeneinander irgendwie vorbei laufen oder uns zu sehen eine feuerwache was liegt denn hier ein rotes chemlight bäm du hübscher zombie bäm chemlight bäm in your face ok und jetzt hier eine m4 nein leider nicht nur ice 50 dws alter aber ich habe vielleicht wieder ein fahrzeuge jawoll ich habe wieder ein fahrzeug nice und hier ist eine tankstelle oh oh und zombies oh gott viel zu viele zombies oh gott oh der lebt noch der stirb stirb großvater zombie so jetzt gehe ich erstmal die polizeiwache in der hoffnung auf irgendwelche wache da liegt eine pistole da liegt lol ein schlagstock alter hier gibt es ja so viel scheiße schon was ist denn da los man ich bin gerade echt total euphorisiert von dem spiel ok vor allem free to play halt oh jetzt kommt wieder ein zombie wo ist er hallo ich bin irgendwie an einem hafen hier gibt es frachtcontainer und so weiter und so fort ok bam bam lol hier ist auch ein hafen bei mir da stehen auch container spring mal spring mal ok ich bin neben dir komm links an den berg runter hä das müsste ich rechts von dir sein wenn du Richtung Stadt guckst da da ich sehe dich juhu